Lübbe Audio präsentiert Die Pfeiler der Macht Nach dem Roman von Kent Follett Es spricht Frank Laubrecht Nach dem Roman von Kent Follett Mai 1866 An jenem Tag, an dem die Tragödie ihren Lauf nahm, durfte kein Schüler der Winfield School sein Zimmer verlassen. Es war ein heißer Samstag im Mai. Normalerweise hätten sie am Nachmittag Quicket gespielt, aber es war ein Verbrechen geschehen. Vom Schreibtisch des Lateinlehrers Mr. Offerton waren sechs Goldmünzen gestohlen worden. Bis zur Entlarvung des Diebes hatten die Jungen Zimmer Arrest. Miki Miranda saß an einem Tisch und blätterte in einer Broschüre mit dem Titel »Ausrüstung der Infanterie«. Gewöhnlich faszinierten ihn Säbel und Gewehre, doch heute war es so heiß, dass er sich nicht konzentrieren konnte. Auf der anderen Seite des Tisches blickte sein Zimmergenosse Edward Pilaster von seinem Lateinheft auf. Er war gerade dabei, Mickis Tacitus-Übersetzung abzuschreiben. Mit einem tintenbeklecksten Finger deutete er auf die Vorlage. »Dieses Wort kann ich nicht lesen«, Miki warf einen Blick auf die Stelle. »Dekapitatus, enthauptet«, Latein fiel ihm leicht. Viele Wörter klangen im Spanischen ganz ähnlich, und da Miki aus Südamerika stammte, war Spanisch seine Muttersprache. Von Unruhe getrieben stand er auf und trat an das Fenster. Sehnsüchtig schaute er über den Hof. Am Nordrand des Bischofswäldchens lag ein verlassener Steinbruch mit einem schattigen Teich. »Komm, gehen wir schwimmen«, schlug er unvermittelt vor. »Unmöglich! Wir könnten uns durch die Synagoge hinausschleichen.« Die Synagoge war das Zimmer nebenan, das sich drei jüdische Schüler teilten. Im Winfield tolerierte man jeden Glauben. Deshalb war das Internat für jüdische Eltern ebenso akzeptabel wie für Mikis katholischen Vater und Edwards Eltern, die sich zum Methodismus bekannten. »Wir steigen aus dem Fenster und springen dann auf das Dach des Waschhauses.« Edwards Blick verriet, dass er Angst hatte. »Wenn wir erwischt werden, setzt es den Rohrstock.« Miki betrachtete seinen Zimmergenossen. Edward war an der Schule nicht besonders beliebt. Er war zu faul, um einen guten Schüler abzugeben, zu rundlich, um sportlich zu sein und viel zu eigensüchtig, um sich Freunde zu machen. Edwards einziger Freund war er, Miki, und Edward mochte es überhaupt nicht, wenn Miki mit anderen Jungen loszog. »Dann frag ich eben Pilkenton, ob er mitmacht«, entgegnete Miki und ging zur Tür. »Nein, warte, ich komme mit.« Miki öffnete die Tür und späte hinaus. Auf dem Korridor war niemand zu sehen. Miki schoss hinaus und verschwand im angrenzenden Zimmer. Edward folgte ihm. »Tag, ihr Hebräer!« Die zwei Jungen, die am Tisch Karten spielten, streiften ihn nur mit einem kurzen Blick. Der dritte, Fetty Greenborn, aß gerade Kuchen. »Tag, ihr beiden«, sagte er liebenswürdig, »ein Stückchen Kuchen gefährlich?« »Du lieber Himmel, Greenborn, du messest dich wie ein Schwein!« Fetty zuckte nur mit den Schultern. Da er nicht nur Jude, sondern auch dick war, wurde er häufig gehänselt. Aber das schien ihn nicht zu stören. Sein Vater war der reichste Mann der Welt, hieß es. »Vielleicht prallen an Fetty deshalb alle Beschimpfungen ab«, dachte Miki. Er sah hinaus. Der Stallhof lag verlassen da. »Was habt ihr denn vor?«, fragte Fetty. »Wir gehen schwimmen.« Miki schwang sich auf das Fensterbrett, stieg hinaus und ließ sich auf das Pultdach des Waschhauses fallen. Als er aufblickte, sah er, wie sich Edward mit ängstlicher Miene aus dem Fenster beugte. »Komm schon!« Miki kletterte das Dach hinunter zu einem Abflussrohr und ließ sich daran zu Boden gleiten. Wenig später landete Edward neben ihm. Miki fackelte nicht lange und rannte über den Hof in den Wald. Gleich darauf tauchte Edward neben ihm auf. »Geschafft! Kein Mensch hat uns gesehen.« »Sie schnappen uns bestimmt, wenn wir zurückkommen!« Miki lächelte. Mit seinem glatten, blonden Haar, den blauen Augen und der großen Hakennase war Edward ein Engländer wie aus dem Bilderbuch. Er war groß, besaß keinerlei Stilgefühl und achtete entsprechend wenig auf seine Kleidung. Beide Jungen waren sechzehn. Doch damit erschöpften sich ihre Gemeinsamkeiten auch schon. Miki mit seinem dunklen Lockenschopf und den dunklen Augen war peinlichstgenau auf seine Erscheinung bedacht. »Kein Vertrauen, Piläster? Habe ich nicht immer gut auf dich aufgepasst?« Sie folgten einem Pfad durch den Wald. Unter den Buchen und Ulmen war es angenehm kühl und Miki fühlte sich allmählich besser. »Was machst du in den Sommerferien?« »Im August sind wir immer in Schottland.« »Habt ihr eine Jagdhütte dort?« Miki hatte die Ausdrucksweise der englischen Oberschicht aufgeschnappt und wusste, dass Jagdhütte selbst dann die korrekte Bezeichnung war, wenn es sich dabei um ein Schloss mit fünfzig Zimmern handelte. »Wir mieten eine. Aber wir gehen nicht jagen. Mein Vater hat für Sport nicht viel übrig.« Miki wusste, dass sich die englische Aristokratie im August auf der Vogeljagd und den Winter über auf der Fuchsjagd vergnügte. Er wusste außerdem, dass kein Aristokrat seine Söhne nach Winfield schickte. Die Väter der Winfield-Schüler waren Geschäftsleute, die keine Zeit zu verschwenden hatten, weder aufs Jagen noch aufs Schießen. Die Palästers waren Bankiers, und wenn Edward sagte, sein Vater habe nicht viel übrig für Sport, so gab er damit indirekt zu, dass seine Familie nicht geradezu den oberen Zehntausend zählte. Dass die Engländer Müßiggängern mehr Respekt entgegenbrachten als arbeitenden Menschen, amüsierte Miki. In seinem eigenen Land achtete man nur die Macht. Was konnte ein Mann mehr begehren, als Macht über andere zu besitzen? Die Macht zu ernähren oder verhungern zu lassen, die Macht einzukerkern oder freizulassen, über Tod oder Leben zu entscheiden. Wie steht's mit dir? Wo verbringst du denn den Sommer? In der Schule. Heimfahren kann ich nicht. Allein für den Hinweg nach Cordoba brauche ich sechs Wochen. Ich müsste schon umkehren, bevor ich überhaupt zu Hause wäre. Das ist ja grässlich. Das mochte schon sein. Nur hegte Miki gar nicht den Wunsch, nach Hause zu fahren. Seit dem Tod seiner Mutter war ihm sein Elternhaus verhasst. Dort gab es nur noch Männer. Seinen Vater, seinen älteren Bruder Paolo, mehrere Onkel und dazu 400 Gauchos. Der große Held für all diese Männer war Papa. Doch für Miki war er ein Fremder. Unnahbar und unduldsam. Das eigentliche Problem für Miki aber war Paolo, der ebenso stark wie dumm war. Er nutzte jede Gelegenheit, um aller Welt vorzuführen, dass Miki unfähig war, einen Stier mit dem Lasso einzufangen oder ein Pferd zuzureiten. Oh nein, Miki zog es in den Ferien nicht nach Hause. Er spekulierte auf eine Einladung der Pilasters, den Sommer mit ihnen zu verbringen. Die beiden stiegen eine kleine Anhöhe hinauf. Von hier oben war bereits der Teich zu sehen. Zwar waren die behauenden Wände des Steinbruchs ziemlich steil, doch jeder halbwegs geschickte Junge fand ohne Schwierigkeiten hinunter. Miki stellte verblüfft fest, dass sich schon drei andere Jungen im Wasser tummelten. Es waren drei Winfield-Schüler aus der Unterterzia. Der karottenrote Schopf gehörte an Tonius Silva, der trotz seiner Haarfarbe ein Landsmann Mikis war. Tonius Vater mochte nicht so viel Land besitzen wie Mikis, doch die Silvers lebten in der Hauptstadt und verfügten über einflussreiche Verbindungen. Bei dem zweiten Jungen handelte es sich um Hugh Pilaster, einen Vetter Edwards, wenngleich sich die beiden nicht im Geringsten ähnelten. Der schwarzhaarige Hugh hatte ein schmales, ebenmäßiges Gesicht, und sein lausbübisches Grinsen war unverwechselbar. Edward konnte ihn nicht leiden, denn Hugh war ein guter Schüler, neben dem er selbst wie ein Trottel wirkte. Der dritte Schwimmer war Peter Middleton, ein schüchterner Knabe. Drei 13-Jährige also, allesamt mit weißen Körpern, dünnen Armen und schlagsigen Beinen. Dann bemerkte Micky noch einen vierten Jungen am anderen Ende des Teiches. Er wirkte älter als die anderen drei und schien nicht zu ihnen zu gehören. Micky konnte sein Gesicht nicht erkennen. Edward setzte ein boshaftes Grinsen auf. Verschwörerisch legte er den Finger auf die Lippen, bevor er hinunterkletterte. Micky folgte ihm. Als sie den Vorsprung erreichten, auf dem die Untertertianer ihre Kleider abgelegt hatten, waren Tonio und Hugh gerade untergetaucht, während Peter in aller Ruhe seine Bahn zog. Er war der Erste, der die beiden Neuankömmlinge entdeckte. »Oh nein!« »Sieh an, sieh an«, sagte Edward. »Ihr wisst doch, dass das hier verboten ist.« Jetzt hatte auch Juppie Lester seinen Vetter entdeckt. »Für dich ist es genauso verboten.« »Ihr haut besser ab, bevor man euch erwischt.« »Aber seht zu, dass eure Kleider nicht nass werden, sonst weiß jeder sofort, wo ihr wart.« Dann warf er eine Hose in den Teich und brach in schallendes Gelächter aus. »Du gemeiner Kerl!«, schrie Peter. Edward warf ein Kleidungsstück nach dem anderen in den Teich, während Hugh Pilester aus dem Wasser kletterte. Mickey glaubte, Hugh werde sofort die Flucht ergreifen, doch er rannte auf Edward zu und versetzte ihm einen kraftvollen Stoß. Edward stürzte kopfüber in den Teich. Das alles hatte nur Sekunden gedauert. Hugh schnappte sich einen Arm voll Kleider und turnte wie ein Affe die Wand des Steinbruchs hinauf. Peter und Tonio stimmten ein brüllendes Hohngelächter an. Mickey setzte Hugh nach, gab jedoch bald wieder auf. Als er zurückkehrte, sah er, dass Edward sich auf Peter Middleton gestürzt hatte. Immer wieder tauchte er den Kopf des Jüngeren unter Wasser, um ihm sein Hohngelächter heimzuzahlen. Tonio rettete sich derweil ans Ufer, ein Bündel trief nasser Kleider umklammernd. »Lass ihn in Ruhe, du blöder Affe!«, schrie er Edward zu. Dann nahm er einen Stein auf. Mit erstaunlicher Zielsicherheit traf er Edward am Kopf. Sofort breitete sich auf der Stirn ein heller Blutfleck aus. Edward brüllte vor Schmerzen auf, ließ von Peter ab und schwamm aufs Ufer zu, um Tonio nachzusetzen. Krampfhaft hielt Hugh P. Lester seine Kleider fest, als er nackt durch den Wald hastete. Dort, wo sich der schmale Pfad mit einem zweiten kreuzte, wandte er sich nach links und rannte noch ein Stück weiter, bevor er im Unterholz verschwand. Sein Vetter Edward und Micky Miranda waren die miesesten Kerle der ganzen Schule. Edward war ihm bestimmt auf den Fersen, denn schließlich hasste er Hugh seit eh und je. Schon ihre Väter hatten sich zerstritten. Hugh's Vater Tobias hatte sein Kapital aus der Familienbank gezogen und ein eigenes Unternehmen gegründet, einen Farbenhandel für die Textilindustrie. Das schlimmste Verbrechen, das ein Piläster begehen konnte, war, der familieneigenen Bank sein Kapital zu entziehen. Das wusste Hugh bereits. Und er wusste, dass Joseph, Edwards Vater, seinem Bruder nie verziehen hatte. Hugh fragte sich, was aus seinen Freunden geworden war. Albert Camel, ein älterer Schüler, der auf den Spitznamen Hamp Höcker hörte, war am jenseitigen Ende des Teichs geschwommen. Hamp hatte seine Kleider an einer anderen Stelle abgelegt und war wohl unbehelligt geblieben. Auch er selbst war ihnen entkommen, doch er würde sich in seinen durchnässten Kleidungsstücken in die Schule schleichen müssen. Hoffentlich erwischte ihn keiner dabei. Immer wieder hatte er Ärger, seit er vor 18 Monaten nach Windfield gekommen war. Das Lernen machte ihm nichts aus. Stets erhielt er die besten Noten. Es waren die kleinkarierten Internatsregeln, die ihm so fürchterlich zusetzten. Er zog sich Hemd und Hose an. Beides war noch nass. Plötzlich hörte er jemanden weinen. Vorsichtig spähte er aus seinem Versteck und erkannte seinen Freund Tonio. Langsam kam dieser den Pfad entlang, die Kleider in den Händen, trief nass und schluchzend. »Was ist los? Wo bleibt Peter?« »Das sag ich nicht. Nie. Sie würden mich umbringen.« »Na schön, dann lass es eben bleiben.« Tonio hatte eine Höllenangst vor Micky und würde kein Wort verraten. »Am besten ziehst du dich erst mal an.« Hugh half ihm beim Anziehen. Dann machten sie sich gemeinsam auf den Rückweg zur Schule. Tonio weinte nicht mehr, wirkte aber immer noch zutiefst erschüttert. Hugh fragte sich, was seinen Freund so verstört haben mochte. Was mochte am Teich noch geschehen sein, nachdem er selbst geflohen war? Das Internat bestand aus sechs Gebäuden, die einst den Mittelpunkt eines großen Gutshofs gebildet hatten. Ihr Schlafsaal befand sich unweit der Kapelle. Um dorthin zu gelangen, mussten die beiden Jungen den Spielhof überqueren. Als sie die Tür zum Schlafsaal erreicht hatten, schlug das Verhängnis zu. »Pilester, mein Junge, sind Sie das?« Er drehte sich um. Ausgerechnet in diesem Moment musste Mr. Offerton aus der Kapelle kommen. Genau der Lehrer, dem das Geld gestohlen worden war. Er war der Letzte, der Gnade vor Rechte gehen ließ, und das bedeutete unwiderruflich den Rohrstock. »In das Büro des Schulleiters, sofort!« »Jawohl, Sir«, sagte Hugh kleinlaut. »Wenn der Direktor sieht, in welchem Aufzug ich herumlaufe, fliege ich womöglich von der Schule.« Beide Jungen wandten sich um. »Sie nicht, Silver!« Hugh und Tonio sahen sich fragend an. »Weshalb sollte...« »Weshalb sollte...« »Weshalbультат« »Weshalb »Weshalb � »Weshalb